Da ist mir eben UBS abgekackt. Ich wollte die letzte Strecke für 64 Kalimari. Da sollte er auf Tankdown machen. Hallo? Schmeckt mir das Ding einfach ab? Ich glaub's ja nicht. Ja, Kalimari Wüste. Zuletzt mal Cut 8 gespielt. Oh, sheesh. Mario Kart 8 kannst du so ziemlich auf den Schienen fahren. Ab der zweiten Runde. Hier geht das natürlich nicht. Weil das ist die Mario Kart 7 Version von Kalimari Desert. Ne? Und Mario Kart 8, jetzt in der zweiten Runde. Wärst du quasi hier bei dieser Kreuzung nach links abgewogen. Ja. 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 Es ist wieder sehr lange her. Seit dem letzten... ...Mark hat wie Custom Track Part. Oh, na super. Ja, das war kein gutes Timing. Vor allem es fahren zwei Züge hier. Was soll das denn? War das nicht immer nur ein Zug? Der da lang gedüst war? Der da lang gedüst war? Egal. Bis zum nächsten Mal. Und schon.